Katrin bekommt überraschend Besuch von einer jungen Frau namens Alicia Bäumer. Sie ist die Nichte ihres Mannes Tobias und aus ihrer Heimat Bad Hersfeld nach Berlin gekommen, um hier zu bleiben. Sie will mit ihrem Freund in eine gemeinsame Wohnung ziehen und hat auch schon einen Job in Aussicht. Doch Tobias ist nicht zu Hause, als Alicia eintrifft. Katrin weiß von nichts. Und das sind nicht die einzigen Punkte auf der Liste, die nicht nach Plan laufen. Achtung Spoiler! Alicia will für VLEDERBAG arbeiten. Alicia ist ein großer Fan von Emily Wiedmann. Sie hat sich bei Flederbeck als Projektkoordinatorin für den Fair Fashion Runway beworben. Ein Vorstellungsgespräch steht an, auf das sie sich noch im Zug vorbereitet. Vorher will sie kurz ihren Onkel Tobias besuchen. Doch der ist noch für zwei Wochen in Helsinki. Er hat völlig vergessen, Katrin über Alicias Besuch zu informieren. Alles kein Problem. Denn Alicia hat bereits einen Mietvertrag für sich und ihren Freund unterschrieben. Sie will in Berlin bleiben und sich hier ein neues Leben aufbauen. Plötzlich alleine. Doch dann bekommt Alicia im Beisein von Katrin einen Anruf von ihrem Freund aus Bad Hersfeld. Er macht plötzlich Schluss und sie steht mit einem unterschriebenen Mietvertrag da. Zu allem Überfluss verschiebt Moritz auch noch das Vorstellungsgespräch mit ihr. Weil er im Stress ist. Er kümmert sich gerade um die Geschäfte. Weil Emily wegen Saschas Abreise nach Ägypten keinen Kopf für Flederbeck hat. Bei dieser Gelegenheit weist Luis seinen Freund darauf hin, dass er eigentlich selbst die beste Wahl für den Posten des Projektkoordinators für den Fair Fashion Runway sei. Schließlich habe er diese Aufgaben bereits inne und meistere sie mit Bravour. Ein echter Fehlstart. Für Alicia bedeutet das, ihr Neuanfang in Berlin fällt maximal schlecht aus. Ihr Onkel ist nicht da. Ihr Freund hat sie verlassen. Sie sitzt allein in einer vermutlich viel zu teuren Wohnung und hat keinen Job. Zum Glück zeigt sich Katrin von ihrer herzlichen Seite und hilft der Nichte ihres Mannes.